Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Trouble in Terrorist Town mit random people, die ich einfach eingeladen hab, nein, das sind meistens alle meine Friends hier aus der Schule und so. Dacht mal was, ja. Hallo, hi. Guten Tag. Guten Tag. So, wer das alles genau ist, äh, ich bin Innocent. Inno, 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 Inno. Inno. Werden wir ja gleich rausfinden. Kontinentia. Ich hab ne Rüffel, ich bin bei the love. Hey, das, das, ah fuck. You got here is this, you got here is this. Was, was, was? Hä? Nein! Warum schießt du mich ab? Seid ihr behindert im Kopf oder so? War es You got here? Ja, war er. Fick dich! Was? Ich hab noch nicht mal was gemacht. Ich hab auch nicht geschossen. Also, Philipp war das, ich hab nur einen Gewehrschuss gesehen und weil, weil er gerade gesagt hat, dass er nur einen Rifle hatte, dachte ich, er war. Ja, ich wollte, ich wollte gucken, ob das funktioniert, weil ich war nämlich wirklich inne. Alter, ihr seid doch beschissen im Kopf, ey. Penner! Verarschen! Okay, ich bin bei Patrick, wenn ich sterbe, ist es Patrick. Ich bin irgendwo, keine Ahnung. Vor allem Patrick schießt mich auch noch ab, obwohl ich die ganze Zeit hinter ihm war und nicht mal was gemacht hab. Ja, aber das meinte du wärst, deswegen das. Ja, einfach mal abschießen! Philipp ist es! Ich hatte ja auch nicht Unrecht, ne? Cheater, ey. Ich lauf da rüber und plötzlich hab ich ne Waffe in der Hand. So, ich hoffe, ihr wisst alle die Regeln, also ihr Zuschauer, die Regeln von Trouble in Terrorist Town. Inno! Jeder, der tot ist, darf nämlich nicht mehr reden. Im TS. Das ist die Regel. Der detective? Es gibt doch gar keinen. Ja, aber wenn's den gäbe... Sollen wir so laut töten? Ja. Ja, was laberst du? Ich bin inno, hab ich dir eben schon gesagt. Alter, hier war doch eben einer. Wo seid ihr denn? Hier, hier, ich bin bei Yugahi, ich bin bei Yugahi. Ah, Philipp. Gefunden. Also, ich glaube, Yugahi ist es. Ja, genau. Oh. Ich hab, ich hab so einen Traitor. Irgendwer schießt, irgendwer schießt. Alter, ich bin hier festgebacken. Oh, verdammt. Ahhhh. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ey, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht sterben. Inno. 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 Wo seid ihr denn alle? Justin ist Traitor. Justin ist Traitor. Hammer. Ich bin immer automatisch Traitor, ey. Wenn ich sterbe, dann ist Justin schuld. Äh, ich bin, äh. Wo seid ihr denn? Da ist einer. Und? Ja. Ah, nein, nein. Ich bin's nicht. Was macht der denn da? Äh, 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 äh. Ja, was laberst du? Alle, die innocent sind, Waffen weg. Alex war das, ne? Warte, 6, 6. Hallo? Shepard, 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 alle auf Shepard. Was? Nein, ich wollte die Waffe selber wegschütteln. Nochmal. Äh, Leute, wenn ihr das wisst, schreibt mal in die Kommentare, wie man das Traitor-Menü öffnet. Auf C. Oh, okay. Das steht unten, wenn du Traitor bist, aber egal. Ja, gut. Da siehst du, dass es Traitor-Menü ist. Was für ein Traitor-Menü. Was für ein Traitor-Menü. Da kannst du dir, äh, du, also du kriegst Karma. Nein, da kannst du nichts machen, das ist voll useless. Nein, ich war im Waffenwechsel-Menü. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Du kriegst Karma, wenn du die richtigen Aktionen für deine Rolle durchführst. Mit, äh, immer mal wieder. Ah, Philipp ist hier. Und wenn du das Karma hast, ich bin hier bei Yogachi, dann kannst du mit dem Karma dir Sachen kaufen im Traitor-Menü. Shepard läuft da rum. Ich bin da, oder? Deswegen ist es immer aufhängig, wenn Leute lange stehen bleiben, weil dann sind die meistens im Traitor-Menü. So, wo seid ihr denn alle hier? Ah, die Taste bist hier nicht. Ah, es brennt! Schnell weg. Innocent, innocent. 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 Du bist so dämlich, ne? Wirfst du Brenngranate hin und läufst da rein. Ich hab keine Waffen, ich bin innocent. Ich kann nicht 6 drücken, ich kann nicht 6 drücken. Nein, du musst 6 drücken und dann klicken. Achso, ja klar. Achso, ja klar. Wo seid ihr? Draußen. Deshalb hat das eben auch die ganze Zeit nicht funktioniert. Ich drück die ganze Zeit 6 und wundere mich, warum die Knarre nicht wegsteckt. Oh, hier war ich ja noch nie drin. Ich bin in so einer scheiß Kanalisation, ey. Max hat die Waffe gezogen, Max hat die Waffe gezogen. Ja, Mann! Ja! Weil Yogachi vor mir steht mit einer Pumpgun. Deshalb hab ich die Waffe gezogen. Ja, aber ich... Hä? Ich ziel schon die ganze Zeit hier rum und... Ja, das ist nicht. Der redet sich schon wieder raus, Alter. Max zählt schon wieder, oder was? Ja, ich bin jetzt heller. Da läuft Jabbertoi. Jabbertoi ist es. Ja. Jabbertoi ist es. Ja komm, ich bin's. Schieß mich ab. Ah, wer schießt denn hier? Ich, ich wollte auf Jabbertoi. Äh! Wo ist denn Shepard hin? Shepard steht da. Der steht irgendwie im Traitor-Menü oder so. Der ist irgendwie im Traitor-Menü. Der ist im Traitor-Menü. Er ist die ganze Zeit nicht bewegt. Er ist es. Er ist es. Ihr seid so unglaublich. Junge, er ist es. Nein, Mann! Der schießt mir! Der schießt mir! Ah! Ich bin abgeschossen! Philipp ist es! Philipp ist es! Philipp ist es! Philipp ist es! Der schießt die ganze Zeit auf mich. Hör auf zu schießen! Mach die Waffen weg! Mach die Waffen weg! Mach die Waffen weg! Mach die Waffen weg! Ah! Okay, Philipp war's nicht! Ah! Ich bin abgeschossen! Jabbertoi ist es! Jabbertoi ist es! Jabbertoi ist es! Nein, ich bin's nicht gedacht! Jabbertoi ist es! Der Wichser, Alter! Ich hatte ihn ja mit der Diebe schon angeschossen! Ich hab dieses Poltergeist kack gemacht. Ich musste mit diesem scheiß Scout-Ding da alle abballern. Alter, ey! Ich stehe da! Wer ist das denn? Ich hab von 5 Seiten abgeschossen und denke erstmal, Philipp ist es! Und dann hör ich die ganze Zeit nur Sniper-Geräusche und dann hab ich den Sniper gesehen! Ich dachte dann auch, Philipp ist es! Ich hab auch auf ihn geschossen! Du warst immer übel schnell mit deinen Entscheidungen! Der ist Traitor! Der ist Traitor! Deswegen dachte ich, du ist es! Normalerweise, Philipp ist es doch immer! Philipp, Philipp, falls du es nicht möglich hast, ich sag immer am Anfang keinen Namen! Ich hab keine Waffen in der Hand! Wenn ich sterbe, Shepard ist es! Innocent! 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 Justin ist nicht Inno! Justin ist nicht Inno! Ich bin bei Shepard! Shepard! Der kann beweisen, ich hab keine Waffe in der Hand! Ja, hat er auch nicht! Ich bin Inno! Ja, klar! Da ist wer! Da ist wer! Solor, der steht auf dem Dach ganz auffällig! Hallo! Ich bin's aber nicht! Ja, genau! Ist klar! Warum läuft Jabber-Toy da hoch und backt rum? Ah, was machst du da? Ich beobachte dich! Was? Er wurde getötet! Solor ist es! Solor! Solor! Natürlich! Junge, du bist der einzige, der nicht da war! Ich hab Philipp doch gesehen, der stand da! Yugahi und ich sind es nicht! Wo seid ihr überhaupt? Wo ist meine Waffe? Irgendwo hier in der Nähe ist der Trailer! Patrick ist es! Patrick ist es! Ja! Patrick ist es! Hallo! Ich bin das nicht, du Sparer! Junge, natürlich! Da vorne war einer! Da ist einer! Da ist einer! Zeig mal die Waffen! Zeig mal die Waffen! Kommt mal her! Beide stehen bleiben! Zeig die Waffen! Er ist es! Philipp ist es! Ah! Fuck! Mann! Ich wusste es! Weil... Junge! Ich wusste es! Weil es war eine Sniper, die geschossen hat! Es war eine Sniper! Junge, owned man! E-Bagging macht er! Ey, ihr habt bei mir alle keine Waffen in der Hand, ne? Ihr habt keine Waffen in der Hand, ne? Ihr habt... Nein, nein, nein! Ich bin Inno! 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 Leute! Philipp lacht so übelst! Einer von... Philipp ist es! Patrick und ich stehen ineinander! Ih, schwul! Patrick zieht auf mich! Patrick ballert auf mich! Willst du mich verarschen jetzt? Ich hatte noch 6 HP! Mann, das war ja schon eine schnelle Runde! Ich habe 6 HP, Mann! Die Runde war echt spannend! Inno! Inno! Ich bin Inno! Inno! Nein, ich bin noch nicht drinnen! Ey! Extracted Map-Pack 2! Ich weiß, dass du es Extracted hast! Ist okay! Ich will jetzt hier runterrutschen, ohne zu sterben! Ah, geht doch! Was für Dinger? Hier sind so Platten im Boden! Wenn du rübergehst, wird auf dich geschossen! Ich sehe Jabber Toy! Er ist schon angeschwächt! Er ist hurt! Ja, aber lauf mal hier drüber! Pass mal auf! Hier kommt von rechts, wird was geschossen! Ja, ist ja logisch! Ist ja eine Falle! Oh! 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 Ich bin jetzt auch drinnen! Ja! Mach mal um! Ja! Wo sind denn die Teile, die Schaden machen? Was? Ist der schon tot? Ey, es ist... Es ist nein! Komm her! Ich mach dich tot! Arschloch, ey! Ich bin vor und direkt tot! Ich bin bei Jabi! Jabi-Jabi! Jabi-Jabi! Ja! Waffen weg! Waffen weg! Waffen weg! Waffen weg! Innocent! 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 Fuck! Ich hab mich eingebacken! Was? Nein! Sie sind ab! Entschuldigung! Ich habe mich auf einen aufs Maul! Ich habe das Gefühl, die Map ist voller Fallen, die einen Typ! Das denke ich auch! Wenn ich mir so angucke hier! Lauf doch! Ne, da geh ich nicht durch! Ah! Boah! Er schreckt mich doch nicht! Mach die Waffe weg! Mach die Waffe weg! The law is this! Guck hier! Pass auf! Geh mal hier an den Gang! Guck da mal! Also, nicht reinfallen! Ist doch ne Fälle wieder! Was? Oh! Guck mal! Das Loch da! Seht auch irgendwie so tödlich aus! Oh, hier gar nichts! Hä? Da zieht man die Waffe! Philipp hat ne Waffe! Philipp hat ne Waffe! Philipp ist Raider! Philipp ist Raider! Philipp ist Raider! Wo ist Patrick überhaupt? 100%ig, Alter! Patrick ist auch... Hat Ton auf! Warum? Keine Ahnung! Bin ich Patrick? Bin ich Patrick? Okay, Patrick ist es! Der redet nicht! Alter, bei mir backt der Boden so! Ich will gar nichts! Warte! Ich hab ne Waffe! Keine Panik! Ich hab's weggemacht! Wolltest du nur tauschen? Ich hab' ne Waffe... Hab ich jetzt ne Waffe? weise... Irgendwie voll unsinnig gleich zu Redi, Alter! Alter, jetzt hab ich ne Waffe! Jetzt hab' ich keine! Halter damit's hier! Boah, hier ist die mit der Stachel... Ich bin hier! Nein! Scheiße, wo seid ihr alle hin? Wo seid ihr denn hin? Nee! Ich hab' keine Waffe! Ich hab keine Waffe. Ich bin mit Jabba 2 alleine. Ich wollt nur sagen, ich bin mit Jabba 2 alleine. Ich hab keine Waffe. Geht das mit der Map auch hier? Was geht? Hä? Es ist so ein Raum mit... Nein! Yugahi ist es! Yugahi ist es! Mann, hätt ne Fake-Leiche geworfen! Komm mit! Wo ist... Okay, komm, machen wir aus. Wo ist er? Ich hab keine Ahnung. Oho! Pass auf! Wow! Der Map ist voller... Oh mein Gott! Was ist denn das hier? Irgendwas rotes? Ach, das ist eine Emotion. Ey, wo seid ihr denn? Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ihr seid! Ja, wir auch. Uah! Ich bin irgendwo runtergerutscht. Was ist das hier? Alter, die Map ist übelst riesig. Okay, ist gut. Das heißt, hier in der Nähe muss irgendwo eine Leiche sein. Lauf! Ich bin wieder in der Mitte. Wo seid ihr? Auf die Dinger. Auf welche? Auf die Teile drauflaufen, sonst wirst du von links und rechts beschossen. Ich seh euch. Ja, da ist er! Da ist er! Da ist er! Das ist just it! Ja! Ich mach doch gar nichts! Junge, ich mach doch gar nichts! Ich hab so'n scheiß Teleporter geholt und der hat einfach nicht funktioniert! Traitor! Traitor! Ich bin Traitor! Ne, ich bin innocent! Hä, wo ist das hier? Hä? Wo ist das hier? Hä? Nein, das ist das Teil! Der da hinten! Chepard ist Traitor! Chepard ist Traitor! Ich bin nicht Traitor, Mann! Er ist Traitor! The Lord ist ja doch noch hier! Warum spricht der nicht mehr? Keine Ahnung! Ich stehe hier ohne Waffe, ihr Handensköpfe! The Lord spricht nicht mehr! Ja! Er spricht nicht! Er hat sein Mikrofon gemutet! Das heißt, er ist Traitor! Okay, ich komm jetzt wieder zu euch! Nur Traitor! Der ist der einzige, der ne Waffe auf uns zielt! Nein, das bin ich! Sorry, ich nehm sie weg! Warte! Alle Waffen wegspecken! Was? Alle Waffen wegspecken? Alle Waffen wegspecken! Was ist da? Das Lord! The Lord ist der einzige, der noch ne Waffe trägt! Töten wir ihn! Hä? Okay, er war innocent! Nein! Ich bin innocent! Nein, hab du geguckt hier vorne! Ich komm wieder zurück! Traitor können gar keine Leichten überwachen! Das stimmt! Ey! Ohne Witz! Das stimmt sogar! Die können gar keine Leichten nachgucken! Das denn ist es! Oh man! Das machen wir! Weee! Komm wir laufen mal ein bisschen hier durch und gucken! Hey! Hör auf mich zu töten! Ich bin innocent! Das denn ist es! Das denn ist es! Das denn ist es! Das denn ist es! Der hat die Waffe rausgeholt! Ich hab gar nicht die Waffe rausgeholt! Da irgendwer verprügelt einen! Philipp war's nicht! Nein! Weil Philipp auch nicht geschossen hat! Ey! Shepard ist es! Nein! Nein! Er ist es! Sag ich doch! Ich bin es! Ich bin es nicht man! Hör auf zu schießen! Du bist der einzige, der euch lebt du Hans! Oh wie geil! Ihr sollt keinen Schnitzeljagd machen! Ihr solltet umbringen! Ich hab noch 3 Leben Mann! Oh man ey! Ey das war jetzt auch grad echt... mies kommentiert! Justin entfernt sich! Ich dachte Justin wärs ballert auf Justin! Max dachte ich wärs weil ich auf Justin geballert hab! Ballert auf mich! Und der, der sich am meisten raushält! Der war's! Ja! Ja! Ja!